Was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Plakos. Ihr habt euch alle ein paar Geschichten aus der Bundeswehr gewünscht. Und heute erzähle ich mal eine Geschichte. Und das Geile ist wirklich, Leute. Zu dem Zeitpunkt, als ich die allerersten Videos hier auf diesem Kanal gemacht habe, da konnte ich ja nicht so viel erzählen, weil ich war noch in der Bundeswehr und musste aufpassen, dass ich nicht irgendwie meinen Dienst verletze. Aber jetzt kann ich alles erzählen. Und zwar ohne meine Hand vom Mund zu nehmen, um zu gucken, was ich erzähle. Aber was ich euch erzählen möchte, ist heute ziemlich witzig. Ich möchte ganz kurz etwas vorweg sagen. Alkohol ist nie etwas Gutes. Und Alkohol ist gefährlich. Und man sollte mit Alkohol niemals übertreiben. Ganz wichtig. Ich möchte auch, dass die Jüngeren unter euch, die vielleicht noch kein Alkohol trinken, oder sie sagen, hey, Alkohol klingt immer überall so cool. Man kann so lustige Sachen machen und so damit. Und man hat immer Spaß und sowas. Leute, wenn ihr noch kein Alkohol getrunken habt, dann macht es auch einfach nicht. Es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, da können wir auch alle ehrlich sein, da bin ich auch ehrlich, dass man mal etwas trinkt. Dann denkt an meine Worte zurück. Tut es in Maßen. Übertreibt nicht gleich am Anfang. Tut es in Maßen. Das nur ganz kurz das Wort hier zum Sonntag, bevor irgendetwas passiert und ich sehe mich dann als schuldig. Aber das kann ich gar nicht abdaten. Also, wir kommen wieder. Feldwebelehrgang München Sanitätsakademie. Ha, herrlich. Da könnte ich 50.000 Storys erzählen. In dieser Sanitätsakademie gab es ein Mannschaftsheim. Mannschaftsheim, ganz kurz zur Erklärung, ist eine, sag ich mal, sowas ähnliches wie eine Gaststätte in einer Kaserne, wo du trinken kaufen kannst, wo du dich aber auch mittags hinsetzen kannst zum Essen. Da gibt es manchmal Spaghetti, Schnitzel, alle möglichen Sachen. Also, es ist wirklich so eine kleine Gaststätte in einer Kaserne drin, wo du essen kannst. Auf jeden Fall meine Erfahrungen zeigen, Mannschaftsheime sind mega, mega lecker und ich habe da immer sehr, sehr gerne gegessen. Gerade in München, das Highlight sind diese Brötchen mit dem Fleisch. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt genau heißt. Das ist in München auf jeden Fall sehr, sehr beliebt. Habe ich immer gegessen, auch zum Frühstück. Sehr, sehr lecker. So, worum geht es eigentlich? In dieser Sanitätsakademie gab es jeden zweiten Dienstag den Cocktailabend. Ist bei der Bundeswehr auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall auf einen Dienstag. Heißt, am nächsten Tag ist Dienst. Dienst musst du dich also am Dienstag nicht so übertreiben. Es war immer so. Real Talk. Ohne Scheiß. Ich nehme auch kein Blatt mehr vom Wort. Es ist mir kackegal. Wir haben immer mit unseren Ausbildern gesoffen. Immer. Wir haben immer mit denen getrunken. Und es ist nicht bei einem Cocktail geblieben. Ich sage es mal so, Leute. Wir haben den einen Abend so heftig, also wirklich so heftig übertrieben. Ich möchte euch nämlich deswegen meine Top 1 Absturz-Story aus der Bundeswehr erzählen. Und wie gesagt, seht sie mit Vorsicht. Seit diesem Abend habe ich nie wieder so viel Alkohol getrunken wie an diesem Abend. Wir haben ein Wochenende zuvor sind wir in München geblieben und haben unsere Übung gemacht. In einem oder anderen Video habe ich davon auch schon erzählt, dass ich da so oft umgeknickt bin. Aber ist auch gut. Alles gut. Wir haben ein Wochenende zuvor unsere Übung gehabt im Wald, unsere Gefechtsübung. Und wir haben uns an diesem Cocktail-Abend gesagt, das war kurz bevor unser Lehrgang geendet hat, haben wir uns gesagt, wir bauen unser Gelände, alles was wir hatten, mit kurzen nach. Kurze sind diese, als Beispiel, diese kurzen kleinen Flachmänner, die man zum Beispiel trinkt oder kurze. Je nachdem, ja, haben wir unser Gelände auf einem riesigen Tisch komplett nachgebaut. Wir waren ungefähr acht Leute. Wir hatten an kurzen, hatten wir ungefähr am Ende so 240 bis 300 kurze da stehen und haben unser Gelände gebaut. Und zwar wirklich realitätsnah. Ja, unser Ausbilder, da muss ich jetzt aufpassen, weil ich glaube, der ist nämlich noch bei der Bundeswehr. Deswegen sage ich jetzt mal hier keinen Namen. Der hat gesagt, wenn sie das dem Kommandeur zeigen würden, der würde genau wissen, was gerade los ist, in welchem Gebiet ihr seid und was gemacht werden muss. Also es war wirklich realitätsnah, diese Kacke. Also wirklich heftig. Das war, wenn ich da drüber nachdenke, heftig. Ich habe auf jeden Fall auf Instagram davon noch Bilder. Wenn ihr mir da folgen wollt, René Siemens. Einfach mal nachschauen, ganz, ganz weit nach unten scrollen. Da sind die Bilder auf jeden Fall heftig. Wirklich, wirklich heftig. Es ist so, wir haben dieses Gelände nachgebaut und zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon echt mega viel hier im Kessel drin. Und es war irgendwann so, dass ich dann, wir noch mehr getrunken haben und noch mehr getrunken haben und noch mehr getrunken haben. Und es ging mir irgendwann richtig, richtig schlecht. Und ich habe mir gesagt, ich gehe auf meine Stube. Um ehrlich zu sein, ich weiß davon nichts mehr. Das haben mir Kameraden erzählt, die gesagt haben, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt auf die Stube. Ich also auf die Stube gegangen, anscheinend, habe meine Tür aufgelassen. Wir hatten ja Einzelstuben. Ich habe meine Tür aufgelassen und habe wohl alles da voll gekotzt. Also wirklich, ich habe mein komplettes Bett voll gekotzt. Alles mögliche. So, Story kommen wir gleich aber noch, ja. Und ich weiß noch, dass mir zwei Kameraden oder so, beziehungsweise die haben mir das erzählt, mir geholfen haben. Die haben mich ausgezogen, die haben mein Bett überzogen, die haben mir geholfen. Alles easy. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich war relativ fit, weil ich gekotzt hatte. Dass ich das hier erzähle, hätte ich niemals gedacht. Aber gut, zwei Wochen lang ging dieser Lehrgang noch und wir waren am Tag der Abreise und man musste sein Zimmer ausmisten. Und ich habe mich die letzten zwei Wochen, in denen ich da war, immer gefragt, Junge, 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 was stinkt das hier eigentlich so in deiner Stube? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Hier, irgendwas stinkt hier. Am Tag der Abreise, alles sauber gemacht, Betten weggeschoben, gucke ich unter mein Bett, stehen da... Wollen wir mal aufpassen, dass ich jetzt hier keinen Scheiß brauche. Stehen da diese Flaschen komplett 1,5 Liter gefüllt mit Kotze. Gefüllt komplett voll. Keiner weiß bis heute, wie ich es geschafft habe, diese Flaschen komplett mit Kotze zu füllen. Zwei Stück. Das sind drei Liter. Keiner weiß, wie ich es geschafft habe, in diese Öffnung reinzukotzen. Das muss ja... So. Ich war... Ich habe... Ehrlich, Leute. Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Auf jeden Fall habe ich den Übeltäter gefunden und wusste, warum es so stinkt. Und ich habe bis heute keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Puh. Das war ein heftiges Erlebnis. Um ehrlich zu sein, habe ich davon nie jemandem was erzählt, weil das ist nämlich verdammt eklig. Gut. Freunde, das war es mit dem Video. Ich muss schnell aufhören jetzt, weil sonst wird es gar nicht richtig peinlich für mich. Ihr werdet schon roti im Gesicht. Wenn es euch ein bisschen unterhalten hat, lasst einen Daumen da. Wenn es euch eklig fandet, lasst einen Daumen da. Wenn ich sowas in der Richtung nicht mehr erzählen soll, weil ihr vielleicht am Essen seid, dann lasst auch einen Daumen da. Und natürlich einen Daumen nach oben, damit ich Bescheid weiß. Ansonsten folgt mir auf Instagram, Leute. Haut rein. Ciao. 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 Vielen Dank.